Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe gerade einen Chinesen gehabt Und ich glaube, ich vertrage den nicht so gut Hat irgendjemand eine Idee, wie wir diese Scheiß-Vampire loswerden? Aber wie stößt Ihnen einen Pfahl ins Herz? Ich habe da vielleicht was Ich sagte ins Herz Es ist voller Poesie Oh ja, mein kleiner Hengst, nehme ich gleich von hinten Mit überzeugenden Dialogen Es ist heldenhaft Geht schon vor In meinem Zustand halte ich euch nur auf Sie haben recht Viel Glück, Serge Wartet, ich glaube, es geht mir schon besser Ein blutrünstiger Bösewicht Ich werde mir eine Schlammpackung machen Meine Kopfhaut entspannen Kurz, ein Film, der wirklich Angst macht Was ist denn das für ein Mist? Der Idiot hat mir die Brücke zerbrochen Vampire Party Ich muss hier wohl alles machen Das riecht aber gar nicht gut Das ist doch normal, das ist die Feuchtigkeit Das ist ein altes Schloss Demnächst im Handel Kein Vampir wurde während der Dreharbeiten verletzt oder misshandelt Das ist die Feuchtigkeit